Langsam, eins, zwei, der Körper, Spannung, ja, das heißt also, da ich schon so stehe, der Körper vorgespannt ist, eins, zwei, eins, dieser Arm ist wichtig, ich gehe mal jetzt mit dem Arm weg, was würde passieren, eins, zwei, drei, also eins, zwei, den Arm stehen lassen, dann gehe ich runter, dann auf, wiederholen, da du mal, hüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Wiederholung. Lass den Arm oben. Ich höre das auch bei zwei oder drei. Ich mache immer weiter. Es sind alle Seenagelschwingen. Eins, zwei. Genau. Ich kann das so verteidigen. Eins, zwei. Das heißt, der linke Arm ist vollkommen frei. Und kein Mensch schlägt so und wartet. Er schlägt so und schlägt so. Liegt die Vorzüge an. Begutungsspiel. Also, langsam. Ich schläge gerade auf der Stelle. Eins, zwei. Er kommt nicht hin. Eins, zwei, hopp. Hübswurf. Ob der jetzt Schulterwurf macht, Hübswurf. Das ist mir egal. Es ist eine und selbe Bewegung. Langsam. Eins, zwei, drei, vier. Und vier. Und sechs. Und sechs. Und sechs. Der Wurf spielt also gar keine Rolle mehr. Und jemanden weiß, der bestimmte Techniken gerne macht, dann kann ich euch mal zeigen, was ich sage. Das ist euch überlassen. Eins, zwei, drei. Ja. Das ist euch überlassen. Eins, zwei. Das kommt gar nicht. Das kommt mit dem Ellenbogen nicht. Und wenn ihr nach unten geht, gehen wir nach Unterholgang ab. Zwei. Drei. nach oben, nach außen oder durchgreifen. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Untertitelung. BR 2018